Das ist das komische Boot. Auch nicht unbedingt, ey. Ich hab mitten im Satz, den ich angefangen hab, hab ich einfach F9 gedrückt. Um die Aufnahme zu starten. Bin ich gut oder gut? Alter, was spielen wir denn? Sprengkommando. Auf der Web ist das ziemlich irrsinnig, find ich, aber egal. Alter, gib ein Schally drauf. Oh, scheiße. Ich bin weggerannt, du Kacke. Ich bin weggerannt, du Kacke. Ja, da war eine Granate und ich wollte wegrennen. Hab ich getan und dann meinte er... Dann meinte er leider nein, oder wie? Nein, du bist nicht weggerannt. Komm, ich rush jetzt. Wie wechselt man die Waffe? Boah, no. Ich rette dich. Ich rette dich doch nicht. Wen wolltest du denn du retten? Einen Typen, der gejoggt war. Alter, warum bist du da am Schießen, ey? Ich? Nee, du. Alter, geh in der Spur! Boah! Ich war grad mit der... Die hier. Ich find das klingt so geil mit der... Mit der Schalllämper. Waaah! Das weiß ich übertrieben künstlich schon scheiße an. Boah! Find ich zumindest. Die Waffen sonst sind echt ein bisschen doof. Es geht eher... Mir gefällt's besser als bei... Keine Ahnung was. Rechts, rechts, rechts! Also links vom Boot. Alter! Der hat da kamen echt ein paar. Da was beschießt dich da gegenseitig. Oh nein. Baaators... Oh 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 oh. Der komm, der komm, der komm Bombenleger. Hab ihn. Alter... Oh, scheiße. Was ist denn jetzt los? Ach, Mist. Ich bin gestorben. Obwohl ich da gerade so gut war. Loy. 2, 4, Alter. 10, 3. Ich kann die Merken nicht. Die ist mir viel zu kacke. Ach, die ist dir viel zu kacke. Ja, die ist so, ähm... Boah, kranker Scheiß, Junge. Boah, wie präzise, ey. Spray is back. Die MP7 sprayen sie nur mit. Skiller, ne? Ich spiele jetzt mit der PDW. Boah, was? 14 Sekunden, wo ich warte, bis ich meine Streaks einsetzen kann. Weißt du, die nehmen den Spawnschutzer. Also, die nehmen den Spawnschutz komplett raus. Und dann kann man keine Punkte serieren. Ah, jetzt kann ich das irgendwie werfen. Hunter Killer. Ach, der will jetzt mal ne Drohne haben. Boah, nein. Wie ich nur Scheiße baue immer. Verteidigen. Vielleicht sollte man das echt mal verteidigen. Oh. Fuck. Pissar, ey. Okay. Okay. Oh. Okay. Okay. Ja, ich habe auch noch meine Drohne gezündet, also meine Ferienleitladung, meine ich. Boom, und dann so bravam, cheat, da war so eine von Longo, 17 zu 6, boah Junge, die Krise positiv geworden, naja. Wenn ich es weiter gespielt hätte, hätte es auf jeden Fall wieder einen guten Score gegeben. Alter, ich habe mal nichts. Alter, wieso zocken wir das Brainkommando? Keine Ahnung, was geil ist. Alter, ich finde das geil, wenn du hier Einsatzbericht anguckst, dann siehst du ja beim gelben Ball einen Unterschied von der Farbe. Äh, was? Ja. Kampfhistorie, 1,31er KD habe ich insgesamt. Nein, wenn du Tab drückst, dann siehst du ja, was du so Einsatzbericht. Jo. Und da hier sind jetzt zwei verschiedene Farben vom gelben, also gelben Farben. Das finde ich nice gemacht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin oben im Haus. Äh, oder? Raus. Oh! 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 dass sie alle mit der scheiß mp7 spielen war ich bin ich hatte mal was ist da muss da mal verteidigt werden man muss mal was die views werden alle diese ist ja nicht tot bombe offline was war das denn bitte das ist klar du spaß alter dieser urlauber urlauber er heißt alter alter diese urlauber was hat da für ein alter wahrscheinlich ein grandios schlechtes oder ne ah mann alter die blöde jacke diese scheiß weste an ich habe eine drohne rausgehauen jetzt weiß ob sie kommen oder nicht die michael da wo bin ich jetzt gelandet man alter links ist in der regel im camp deiner das ist nicht nett oh nein ich hasse dieses ding das war das visiert immer mich an deswegen verpisse ich mich jetzt ins gebäude boah alter 2 zu 5 alter was machst du denn immer ja weil ich dieses kack verscheißen map nicht mag was denn ich habe mit drei zu viel gestartet und habe jetzt einfach zack da sind drei leute in meiner killcam und da ist der drops gelutscht ich frage mich gerade wie du auf dieser map spielen kannst wie ich diese map spielen kann das ist die map ist so einfach das ist die einfachste map nach nuketown die ist so klein ach ich nehme hier gerade übrigens mit ich spiele gerade mit 120 fps auch während des aufnehmens na 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 wo man damit hätte man noch viel mehr aus ausrichten können als das kotzen ja du hast es drauf du krampe du behinderte dumme schwutte das problem wir sind gerade auf der seite wo man nur abgefahren wird das ist das kein problem was wir jetzt hier haben warum wechsel ich auf die zeitwaffe mann das ist heftig aber was liegt er denn da auf dem boden rum das kriegt der wixer zurück boah was ein bastard alter so ein hessischer hurencamper wie gut dass er das irgendwann alles zurückkriegt spätestens wenn ich gleich bei dem mal ankloppe alter das gibt es doch nicht dieser scheiß urlauber war mein gott ne ich hau ihn da ist die schüsse rein er bam bam tot das ist nicht mehr normal ey irgendwann hast du das raus mit hast du nicht mehr braus dich so dreckig alter ich hab was ist das für eine waffe ich hab einfach auch nicht perfekt gespielt alter aber da ist einfach mir vorbeigelaufen das war jetzt glück wo bin ich hier gelandet unten im schiff ich liebe es mit diesem hohen vor firma das ist sogar endlich haben das in das spiel eingebaut endlich es gibt es nicht dieser urlauber schon wieder zwei schüsse drei schüsse weg nee alter wie bitte ähm ja also amerikanische wette veränderung ja 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 quatsch alter läuft jetzt kommt ihr nur mit napalm ach alles im rahmen des möglichen das sagt ich bin ja aah aah oh komm wenn ich ihm ins gesicht schieße darf er schon umfallen die diese scheiß gegner spawnen okay weg hier drohnen habe ich mal rausgeknüppelt wie geil das mit diesen drohnen ist das ey kann man nochmal so ein paar zusätzliche punkte sammeln da sind 20.000 leute bei uns oben drauf oh geil ich bin im whirlpool ich bin im whirlpool gestorben geile scheiße ja leute hier spaßt jo einfach ausrasten steigert den unterhaltungswert ungemein ja 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 ich hab keine granaten ALLN alter ich liebe es regolanus ist ich ich rush und Aber man kann hier schön viele Kills reißen, das finde ich so schön an dem Spielmodus. Yeah, Headshot. Ich muss mir unbedingt diese Map aneignen. Guck mal, die ist ja so klein, du musst nur gucken und überlegen wo die Gegner sind, beziehungsweise sein könnten. Die kommen eh ja von einer Seite, du kommst auf die andere Seite, dann müssen die von der anderen Seite kommen. Elf, zwölf, Junge. Wir sind an euch vorbei, ne? Hm. Ich hab 28,15. Ich komm, und auf dieser Seite komm ich besser klar. Ja. Ich hau jetzt die Vector wieder rein mit Charlie. Warum schießt du den nicht, wenn du mit der besser klar kommst? Weiß ich nicht, aber keine Ahnung, die PDW wollte ich mal machen. Wie schneller. Ah, ich flieg hier nicht wieder hoch. Ich hab immer die schlechte Angewohnheit irgendwo hoch zu gehen. Ja, dann wirst du meistens umgeranzt. Von irgendwelchen Kiddies. Ah, der rand sich mal weg. Bei uns sitzen sie, ja, ja, unten drunter. Der saß auf dem Laufband, war sein Noob. Der kloppt auch sein Asch wird da durch Runde. Jaaaa. Boah, wie schlecht der Typ einfach war. Aber das ist nicht gut. Hellstorm-Rakete. Wieso? Alter. What the fuck? Dieser Urlauber oder was auch immer das war. Das ist ja voll der Mongo, der Typ. Willst du mich verarschen? Nein, will er nicht. Der hat mich gekillt und sich selber. Durch na, hier, diese komische Angriffsdrohne-Ding da. Irgendeiner muss mal diese verfickte Scheiße da entschärfen, sonst haben wir unnötig verloren. Ja, hier. Ich. Noch 20 Sekunden. Einer sitzt da unten drin, in der Mitte, in diese komische Scheiße. Alter, jetzt bin ich noch mal unnötig die ganze Zeit gestorben, so ein Rotz. Hat er mich gekillt? 11, 12, 16. Einen Kill hab ich gerissen, diese Runde. Ich bin grad weggeraten, haste gesehen. Ich wurde auch noch abgeschossen. So, zum Glück kann die Map nicht noch mal rankommen. Das ist wirklich die absolute Hass-Map von... Naja, das stimmt nicht. Gibt schlimmere. Du musst noch suchten.